Ja, ich erzähl euch jetzt eine kleine gute Nachtgeschichte. Dann wisst ihr, mein Gegner, der ist sehr frisch schlafen gegangen. Er wird nicht einreichen und ich bin weiter. Deswegen wollte ich erzählen, wie das Leben von diesem Streben um die Böse erleben. Ich zeig, greif meinen leistlichen Ein, ich bin toll wie ein Stein, du bist voll wie ein Hai. Ja, okay, ja, ich schluchte diese Daten, denn ich bin voll sympathisch, ja. Und mein Gegner wurde disqualifiziert von Mord in den Schwassen. Ey, warum konntest du das denn nicht lassen? Ich wollte noch einen Gegner und keinen Flüchtling machen. Aber jetzt mach ich das halt und der Ohr, der macht ihn hoch. Und der kann das voll gut und der Ohr macht ihn hoch. Ich halt die Ohren zu, ey, 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 was du machst, das ist einfach noch peinlich. Ja, was du machst, trifft dich nicht. Wie das geht, 36, ja, und ich bin so toll. Ich brauche keinen Text. Und wenn trotzdem ne Runde weiter hast, ich in mir setz. In dein dummes Nest, mit deinen Spassen, die dir sagen, dass du rappen kannst. Doch ich sag, du das und sonst ist lieber wie Yoda. Der ist zwar sehr cool, aber sehr alt und er kann nicht wirklich rappen. Du Vogel, ja, er kann das nicht gut. Und er kann einfach nichts mehr, weil er ist tot. Und außerdem voll fiktiv, ja, denn er ist nur ein Star Wars. Und du bist nur in deiner Scheinwelt. Und was rappst du? Ich rapp, was mir einfällt. Aus dem Kopf heraus. Und das mach ich besser, als du mit nem Tekken, die du ne zwei Jahren geschrieben hast. Und auch wenn ich nen Fehler mach, dann hab mir ja, das passt, passt. Du sitzt in dem Fahrgleich zu Karl, das ist dein Schatz sehr dürr. Du machst Schwanzberg gleich mit deiner Schwester und du verlierst.